So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zur neuen Folge, natürlich hier auf meinem wunderschönen, wunderbaren, beautifulsten Kanal der Welt, und zwar das ist der Man of the World Kanal, wer hier drauf geht, ist natürlich schon so gut viel verloren. Ja, wir haben jetzt Feld 16 bepflanzt, Feld 14 und 19 sind schon langs im Wachstum, ich frage mich immer noch, wie ich dünnen soll, wenn die Pflanzen alle komplett gehen, also im echten Leben ist es ja auch so, da bräuchte ich eigentlich die Pflegebereitung, also die dünnen, aber, achso, ja okay, ich kann kein Tempo machen, Der Tempo ist ja hier eingestellt, jetzt auf den Metrasham, ja, heute, am Dienstag, Mittwoch, also in zwei Tagen, ist die Gamescom schon am Laufen, der Manzi sitzt vor dem PC, und guckt sich den Landwirtschaftssimulator 2000 und richtig an. Ich wollte jetzt mal was klarstellen, was ein Fehler in diesem Spiel ist, was mir auch gefallen ist, das hier, und zwar das hier, okay, jetzt ist hier ein Roller Streifen, Weil, es gibt das kleine Problem, dass, äh, sobald ich das neu starte, irgendwie, aus irgendeinem Grund, äh, hier, sagt, nö, ähm, Dich gibt es nicht mehr, wir löschen jetzt hier alles so, ungefähr, ähm, wir werden mal kurz hier die Reinigung starten, Das ist schon ganz schön dreckig, man merkt, irgendwas mit meiner Maus stimmt nicht, oder mein PC allgemein, ähm, ich weiß nicht, aber woran es liegt, Ich habe schon mehr Sachen ausprobiert, ähm, deswegen, oder andere Helfe hat auch erfolgreich Bandits, ähm, Wir brauchen Geld, das ist die nächste, ah, hier, wir können, glaube ich, mal hier unten gucken, Das ist die Wolle, okay, so, ähm, Wir brauchen Money, Wir haben auch viel zu wenig Schaffe, Wie die Größe, So, Den schicken wir auch gleich mal los, der wird auch gleich wieder gereinigt, weitergereinigt, Ach, guck mal, wir haben, scheiße, wir haben noch die Dünger, Die Dünger machen wir selber, Hat jetzt den folgenden Grund, da machen wir nicht so viel kaputt, Dünger senken, Und B anschalten, Gucken wir mal, Ich glaube, jetzt machen wir auch noch weniger, Weniger, beziehungsweise noch gar nichts kaputt, anstatt, äh, wenn dann die Maschine läuft, so, Äh, wenn, wenn die Pflanzen dann an sind, Wir werden mit dem, wenn wir jetzt mal schnell runterfahren, dann läuft ja der Helfer durch, Und hier werden wir dann, äh, Die, Die Saatmaschine holen, Damit die weg ist, Eigentlich, wir wollten ja jetzt noch schaffen, bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Alter, Wir wollten ja jetzt hier das, Das Silage machen, Na, Silage bringt eigentlich relativ gutes Geld, Der Helfer hat beendet, ja, okay, Der hat irgendwelche Probleme mit dem Düngen, Ich glaube, die Düngermaschinen verkauft, Die, die fahre ich gleich hoch, Die, die wird verkauft, Weil, ich glaube, Die bringt mir nicht so viel, Wir werden hier noch einmal düngen, Und dann, Lassen wir es, Dann wird nämlich die Düngermaschine verkauft, Dann machen wir es gleich so, Ja, Ich bin auch gespannt auf den Landwirtschafts-Sammelatt 2019, Oder, Äh, 19. dann, Der nächste ist dann schon 21, Oh, Das, Daran darf man gar nicht denken, Der 21er ist dann komplett, Mit dem VR, Das wäre aber auch interessant, Sitzt du auf so einem, So einem altigen, Klappigen, Äh, Drehstuhl, Dann, Ach, Ne, Geht ja, Geht ja nicht, Man, VR ist das mit, Oh, Naja, Obwohl, Es wäre komisch, Aber, Ich glaube, Das ist ja der kleine Zentrum hier, Der Power, Und das ist der XL hier, Er ist der HD, Also die Maschine verkaufe ich jetzt, Das bringt mir nie viel, Ne, Hm, Aber wenn ich hier noch niemanden Helfer einschalten kann, Vielleicht ist es auch so programmiert, Dass man hier keinen Helfer einschalten kann, Wäre für mich eigentlich fast sinnlos, Aber, Hm, Also in jedem Fall mal jetzt hoch, Das steht fest, Also kriegen wir wieder ein kleines bisschen Geld, Viel werden wir nicht bekommen für den, Und mehr zu verkaufen, Haben wir nicht, Und kaufen möchte ich auch im Moment, Ja nichts, Also hätte ich auch den Hänger hochgeholt, Hätte auch auf die Uhrzeit gucken müssen, Wann ich hier, Begonnen habe, Und wenn jetzt, Der Fahre mal, Den werden wir jetzt noch verkaufen, Dann war es das auch schon mit diesem Part, Ich werde mal gucken, Was ich noch alles aufnehmen kann, Eigentlich wollte ich vieles machen, Vieles aufnehmen, Problem ist aber daran, Dass ich das nicht kann, Board of Sanks, Vielleicht kriege ich Battlefield noch hin, Das wäre richtig, Richtig geil, Wir können uns noch mehr Schafe holen, Wie teuer waren die Schafe, Ich glaube 8000 plus 500 Transports, Waschluck auf, Und wir haben 28, 400, Was, 10, Achso, Ja, Wir können uns, 6. kaufen, Und 900 sind die Gebühren dazu, Wie gehen das mal, Den Anhänger hier verkaufen, Da muss ich, Jetzt spielen alle möglichen hier, Alles mögliche, Einmal hochfahren, Okay, Das werden wir irgendwie hinkriegen, Ich, Äh, was, Wir haben so vieles vor, So vieles ist jetzt noch in Planung, Was man machen soll, Was wir machen wollen, Wir haben auch nicht mal mit dem Holz angepasst, Da bin ich auch mal gespannt, Ob das mit dem Holz dieses mal besser wird, Uh, Der kämpft hier ganz schön, Wurde ja auch der Kle, Äh, Na ja, Wenn, Ich möchte aber auch keinen Kredit mehr aufnehmen, Auch wenn wir schon ein bisschen Kredit abgezahlt haben, Jetzt können wir irgendwo hier runterfahren, Ach, Hier steht sogar unser Auto, Hey, Auto, Da muss ich immer wieder expandieren, Man muss natürlich auch ein bisschen Plus Geld noch drauf haben, Aber, Man muss natürlich auch expandieren, Da gucken wir mal, Gibt es vielleicht, 24.000 gibt es dafür, Ja, Das überlege ich nicht lange, 24.000, So, Ja, Ist jetzt die Frage, Ach, Wir sehen uns im nächsten Spot wieder, Bis dann, Ciao,